Liebe Gasthoferinnen und liebe Gasthofer, Ostern 2020 fällt natürlich nicht aus, aber es wird anders. Was aber nicht fehlen darf, sind die Ostergrüße. Die Ostergrüße der evangelischen Kirchengemeinde und der katholischen Pfarreiengemeinschaft. Dieses gemeinsame Zeichen ist ein Zeichen für unsere Gemeinsamkeit. Und das macht uns Gasthofen aus. Und liebe Kinder, ein Hinweis für euch, der Osterhase unterliegt nicht der Ausgangsbeschränkung, er kann kommen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen ein frohes Osterfest 2020. Frohe Ostern. Froh in der Zeit ohne Trubel. Froh in der Zeit des Verzichts. Aber froh mit Besinnung und mit Sinn. Ich wünsche uns allen, auch und gerade denen, die gerade besonders gebraucht werden, dass wir zur Ruhe kommen. Und in dieser Ruhe Gottes Nähe spüren. Vielleicht beim Spazierengehen. Wenn man merkt, wie die Natur davon erzählt, wie gern sie lebt. Und mit welcher Stärke sie aus den Knospen heraus springt. Vielleicht kommen die Gedanken in diesem anderen Alltag aus ihrem Hamsterrad raus. Und wir lernen, neu zu denken, neue Wege zu gehen. Das ist Ostern. Das Leben spüren. Das Leben neu entdecken. Neue Wege gehen. Und das nicht alleine, sondern mit Gott, der auch da ist, wenn wir schwierige Zeiten erleben. Ostern ohne Gottesdienste und ohne Familientreffen. Ostern anders. Das macht etwas mit uns. Wo wir uns nicht mehr von Angesicht zu Angesicht begegnen, nutzen wir vielleicht die neuen Medien, das Telefon oder schreiben uns Briefe, so wie früher, um in Kontakt zu bleiben. Möglicherweise ist das Besondere an dieser Zeit, dass wir merken, wer und was uns jetzt fehlt. Unser Verstand, unser Gefühl, sie sind geschärft. Wir können dem nachspüren und es einordnen, welche Bedeutung unsere Beziehungen haben. Wir wünschen Ihnen gerade jetzt, dass viele Menschen an Sie denken, die Ihnen Halt geben. Menschen, die Sie lieben und denen Sie vertrauen. Seien Sie gewiss, dass Menschen Ihnen in Gedanken nahe sind. Vielleicht auch für Sie beten und dass Gott für Sie da ist, weil er Sie liebt. Wir wünschen Ihnen Ostern anders, aber gut. Wir laden Sie ein. Nutzen Sie die Möglichkeiten zum Seelsorgegespräch in Ihren Pfarrgemeinden, in Ihren Gemeinden. Nutzen Sie die Möglichkeiten von Caritas, von Diakonie und der kommunalen Fachstellen für eine Beratung, wenn es mal brennt, wenn Sie es brauchen. Wir sind für Sie da. Wir wünschen Ihnen Hoffnung machende Ostern. Ein Osterfest, das vielleicht ganz anders ist als sonst und viel stiller, aber das uns allen trotzdem Hoffnung macht. Jesus Christus ist auferstanden und erlebt, sagt uns Ostern. Und da kommt viel Hoffnung her. Eine Hoffnung, die ich uns wünsche. Die Hoffnung, die uns sagt, auch wir sollen aufstehen, auch wir dürfen aufstehen. Wir kommen auf die Füße und in Bewegung, in Bewegung zurück ins Leben. Denn nach den Kontaktbeschränkungen, nach der Lähmung, nach der Angst, da wird es wieder Leben geben. Und darauf hoffen wir. Diese Hoffnung wünsche ich Ihnen. In einem Gebet für Kinder zu Ostern heißt es, Gottes ist wie ein Wunder. Traurige werden wieder fröhlich. Ängstliche werden mutig. Freude ist ansteckend. Darum steck uns an, mit deinem Lebensmut und mit deiner Lust zu leben. Diese Hoffnung wünsche ich Ihnen. Und dazu segne uns der Gott, der uns Leben schenkt und Leben gönnt. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.